Ja der Covershoot war ziemlich lustig. Ursprünglich die Idee der Ski Vacation kommt ja von diesen alten 80er, 90er Filmen, wo die Griswolds immer auf Urlaub fahren. Das amerikanische Film heißt immer Vacation, da gibt es Europe Vacation, ursprünglich heißt es Vacation und die haben solche Poste gemacht, wo immer der Held, der Vater in der Mitte steht und immer so posiert und da haben uns gedacht, ja Ski Vacation, das heißt schon gleich und da müssen wir das gleiche Poste machen und das haben wir da komplett zusammengestöpselt. Der Raffi einmal mit der Carolina in der Mitte vor der Oberkugel posiert, danach haben wir noch vom Green Screen noch ein paar extra Shots gemacht von unseren Protagonisten, aus dem Film ein paar Sachen rausgeschnitten und dann das ganze Poste damit zusammengestöpselt. Und dieser Poste-Shoot, der ist in der Oberkugel passiert, am letzten Tag, wo wir dort waren, wo wir unsere Story gedreht haben und danach, nachdem wir alles abgeschüttet haben, sind wir zum Glück einfach alle miteinander Skifahren gegangen, durchs Resort Shredden bei voller Slush Conditions, einfach nur Spaß haben und Anboard Scouting war es dann. Bis zum Glück, wir Carmen. Bis zum Glück, wir kommen, wir müssen heute Abend um einen ahead und los bis zum Glück.